. Ja, Baby ist sowieso unsere Übermutter, die hat eigentlich für jedes Tier Muttergefühle. Und sie versucht sie so ein bisschen zu erziehen, legt auch den Hintern ab, um Kot absetzen anzuregen. Das, was wir eigentlich machen müssen, sonst mit stundenlang massieren, Bauch massieren. Ja, und das nehmen uns die beiden ganz lieb ab. Wollen auch gerne ein bisschen kuscheln mit den Kleinen und auch ein bisschen spielen. Also Baby erzieht die Kleinen so ein bisschen, dass sie keinen Unfug machen, hält sie immer so ein bisschen zusammen. Also da, wo sie sein sollen. . 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